Hi Leute und herzlich willkommen zurück. Mann, äh, die können jetzt gar nichts aus dem Spiel hören. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, ähm, Minecraft mit dem Robo. Wie ihr wisst, haben wir im letzten Fall unsere Rüstung verzer... Alter, sieht so aus wie Hitler. Hi. Wir haben... Wir haben eine Let's Play zu mir, Roman Nolan, mit dem Tim. Wir haben letzte Folge ja Netzerportal und verzaubert hier, waren in der Mine, ganz großes Ding. Und da gehen wir jetzt rein, okay? Okay, sind Monster an? Nein, Monster sind auch, soll ich auch machen? Ja. Okay. Okay, Leute, wir sind drin. Komm, wir suchen dieses Quartz. Wir brauchen um... und hier ist der. Hä, wie kommt das Schick? Loll, die Kuh... die Kuh... Ja, ich weiß. Ich werde mit einem Schlaß mit dem... Sauerten... Ich hab Netzerquartz, da hinten. Hier in der Decke ist auch. Und hier ist auch. Wegen, wie... Netzerquartz bringt sehr viel EP, da müssen wir nur noch Lapis Lazuli finden und dann... Das sind Fliegeplätze. Ich weiß, warum die das auch mit Lapis Lazuli gemacht haben. Weil jetzt hat Lapis Lazuli endlich mal einen Sinn. Nee, weil... Du hast mir doch ja nicht geglaubt. Was? Ja, aber jetzt hat Lapis Lazuli endlich mal einen Sinn. Sonst könnte man ja nie was mit dem machen. Ja. Oh, Alter, ich hab richtig viel. Mit dem Clay kann man nichts machen, das weißt du schon. Mit was? Mit dem... Mit dem... Was für Clay? Du sagst immer Clay! Ja, ich verwechsel das immer. Aber nimm dir mal ein paar Netherworks mit. Zum Hochbauen und so. Hochbauen? Außerdem sehen die, äh... Kann man daraus schöne Sachen machen. Wir müssen viele Räume haben, so. Sollen wir hier in der Hölle... Neben dem Portal unsere Base bauen? Dann machen wir auch noch was, ja? Ja, das ist jetzt unser Plan. Aber nix ist... Ich hab auf jeden Fall schon ganz viele Netherworks. Wie viel? Das baut man einfach mal richtig schnell ab. Ja, ich weiß, mit dir Spitzhäcke geht das voll schnell. Aber mit dir, das baut mit der Hand. Ich weiß. Auf jeden Fall schon über einen Steck auf jeden Fall. Ja. So. Ich hab ja gewagt. Heute werden wir euch zuspammen mit Let's Plays. Ey, dürft ihr euch jetzt nicht beschweren? Ja, das sind auch zu viele. Kann ich mir gar nicht angucken. Ich konnte gar nicht schlafen wegen euch, ihr Penner. Das haben wir euch gewarnt. Alter, kommt das von der Lava zu los, ey. Wie schwul. Wir haben versucht, COD aufzunehmen, aber... Das ist klappt, aber wir haben zu wenig Internet. Am Ende hat zu wenig WLAN. Das werden wir nochmal aufprobieren irgendwann. Ja. Aber ich hab nämlich einen WLAN-Verstärker. Da muss ich noch was suchen und dann können wir den anschließen. Und dann, wenn ihr wollt, können wir dann noch COD machen. Guck mal mehr. So, ich hab jetzt schon einen Stick. Was? Von Netherwag. Was ist denn lange? Ich bin schon Level 8 wegen diesem COD, Alter. Ich weiß, das bringt richtig übelst viel. Ich bin schon Level 9. Komm ich da, dieses COD. Wie kommst du hier wieder hoch? Oh, das baue ich irgendwie hoch, dann. Ach, hi, hallo. Lüster möchte ich so eine Fresse hier runter bauen. Das baue ich hier jetzt gleich. Aus Schwein bekommen wir Goldklumpen. Darauf können wir Gold machen. Ich will, dass wir ihn töten. Sehen. Ein Zombie-Töten. Nein, du musst dich von da unten hochbauen, wegen von oben kann man keine Treppe runterbauen. Oh, ich bin jetzt so hoch. Okay, Leute. Das hier wird nur so eine kleine Base, damit wir hier immer... Aua. Nein. So. Vorhende. Nein. So, man ist wieder da. Nein. Also, das bauen wir hier so rum, ne? Mhm. Weil wir bauen daneben auch noch so was. Dann machen wir dann so einen zweiten Gang noch hin, aber wir machen die Seelen sonst, der nervt. Hier kommt nämlich die Treppe hoch. Da, wo du gerade stehst. Treppe hoch? Mhm. Von unten werden wir dann da eine Treppe hochbauen. Gibt es ja auch diese Nerfestung? Ich glaube noch nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist ja überall ein Netherquartz. Ja, aber das ist doch nicht da drin. Wir können jetzt einfach von voll zu viel verzaubern, ne? Ja, wir brauchen noch voll viel Lapis. Wenn du Lapis geht's nicht. Dann haben wir noch Laptis in der Höhle. Ja, aber ich glaube auch noch vier. Ja, ich darf nicht ernten. Das ist ganz viel netter Quartz. Oh mein Gott. Was ist denn, dass wir ja unser Portal in den Seelen sonst gebaut haben? Ja, aber den bauen wir ja aus dem Boden. Mit Holz oder so. Oh, Holz in der Höhle passt irgendwie nicht. Mhm. Koppelt doch. Oh fuck, jetzt sind da unten meine ganzen XP. Warum? Weil ich stehe ein Netherquartz um. Alter, weil ich jetzt eine Ader abgebaut habe, habe ich jetzt wieder fünf Level. Wie viel hast du? Oh mein. Krass. Okay, Leute. Weil wir die Halbbarkeit da drauf haben. Oh, jetzt ist wie viel. Meine Schwester ist gerade noch nicht mal irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, wir müssen uns halt noch eine Amboss machen, falls sie dann kaputt geht, dass wir dann die reparieren können. Du hast gar nicht, wie viel Eisen das da braucht. Drei Eisenblöcke. Ja, aber mehr, dann noch was anderes. Dann noch ein normales Eisen. Falls ihr kein Minecraft-Zahn hört, ich nehme das wieder mit Kopfhörern auf. Die letzten Parts waren sehr beschissen, weil ich vergessen habe, die Lautstärke runterzustellen. Oh, okay. Deswegen, falls ihr uns nicht verstanden habt, tut uns sehr leid. Komm hier in den Turm hin, oder was? Nein, ich habe mich nur hier hochgebaut. Das ist das, wenn man einen Turm hat. Ja, genau, falls hier irgendwo Monster in der Nähe sind, ne? Vom Gast. Warte, ich mache das. Ich glaube, Gast gibt es hier noch gar nicht. Na klar. Ja, hast du schon einen gesehen? Ja. Ich will schon von einem beschissen. Also nicht in dieser Welt, aber in einer anderen Welt. So. Warte, ich brauche hier kurz genug Platz für den Turm. Dann einmal hier. Soll der Turm hoch sein? Ja. Sag, wann stopp. Ich sehe das gar nicht. Man kann auch... Das coole ist, manchmal spawnen die Pigments auch Goldschwerter. Ich weiß. Also wenn wir einplanen, sind wir gearscht von dem Ganzen. Ja. Also reicht der? Ich bin hinter dir. Ich bin die bescheidige Piri da oben. Ja. Reicht der Turm? Hinter dir? Reicht der? Ah ja. Reicht der? Ja. Ach, hier kommt der hin. Will ich dir helfen? Ja, wenn du willst. Okay. Ach, du hast alle Monster so an, ne? Au. Oh, ich habe noch keinen einzigen Gast. Warte, du machst die Seite hier. Ich soll schon eine Brücke rüberbauen, zu dieser anderen Seite hier. Warum? Dann haben wir immer Zuschlüsse für alle Wege. Ja? Wenn du willst. Ja. Aber eine schöne Brücke. So ein Zombie, wie ich meine, das finde ich... Oh, diese EP fackt mich so übelst ab, guck mal. Bei mir sehe ich gar nichts um dich. Das ist immer dieser Bug, wenn man zu viel XP da hat. Boah. Oh, sag mir, ich habe eigentlich nichts bekommen. Ich bin schon wieder verfolgen, Mensch. Ich bin schon wieder vom Boden gefallen. Oh, ich will den haben. Okay. So, Sprache, verblöckung. Hilfe, ich werde von XP verfolgt. Oh Gott. Wer auch immer dagegen war, von XP verfolgt zu werden. Ich werde von XP verfolgt. Das ist ein Blöken. will. Sind Sie nicht böse? Meine рукäräuser ist ne Iminuten normal. Meine geht... Zeh Minuten. ... So rechte Wort frau ich am meisten Angst habe. Wovor? Jeder will. Du willst doch das der mit macht. Will ich nicht, aber er hat gesagt, er macht nicht. Ja und du hast gesagt, ja du musst dann noch Leo dahin machen? Ja wenn er, wenn er dann machen will, dann würde er machen. aber er macht dann eben jetzt einen eigenen Kanal hat er doch du hast gesagt äh also beschwert uns nicht dann dass die Medien schlecht werden wegen dem ne also das ist nicht unser Problem dann durchlebt die hat ihn aber auch betont das ist nicht getan ich bin richtig unschuldig wisst ihr das wir sind sogar Opfer schon, wir sind eigentlich Opfer von dem wir sind gar nicht warum sind wir eigentlich mit dem? ja, das ist ja teilweise langsam das war Quats gut, dann kann man haben wir ja eine Brücke, dann es gibt ja ewig noch ein bisschen der Lava die ist überall Quatsch raus, sieht erstmal aus kannst du mir erstmal beim Turm helfen? ja so, ich müsste hier noch viel Quatsch abholen überall Quatsch, viel Kohle ok Leute das ist eben cool der Höllenhöhle ich bin mir nicht mehr drauf der Höllenhöhle du kommst zu einem neuen Display Markkamp wir kommen in der Höllenhöhle und wir suchen heute Quatsch, was wir relativ viel wie die schon haben wir haben ja nur ähm 64 davon, ne? und ähm jo das ist das einzige, was wir in diesem Video machen und dann ich würde mich immer an eine positive Bewertung freuen ciao, ne? Spaß ich würde das so, ich soll jetzt ein Beispiel gemacht wie die Leos Video aussehen warte, auf meine Spitzhacke, ne? mhm ist Haltbarkeit und Effizienz Moment, ich bin ja Level 13 ich bin jetzt Level 7 wenn ich mich hier um den Turm kümmere im Gegensatz zu dir ich muss alles machen für 10 hä, du wolltest doch den Turm aber ich, ich, ich sammle für uns ähm das was wozu brauchen wir das? wenn man Quatschglocke so glaube ich drauf machen ja, aber was bringt uns das? schön aus Leos ist böse, es hört rücken besser los, also jetzt habe ich gerade das falsche gemacht ich habe wie gesagt Leos Form also werden Leos Videos aussehen, ne? äh, ich glaube wir müssen jetzt mal oder? ja ok Leute, wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich über eine Bewertung freuen und wenn es euch sehr gefallen hat bitte ein Abo zu lassen und ja vergesst nicht bei den Kanalen CheckFIFA und Roman 9 vorbei zu sauen und ja zu sauen? tschau, ja zu sauen